It's time tooter Mouth? Sie haben mir aber zugelegt. Lassen Sie mich raten. Sie wollen mich beschuldigen, dass ich Nathan was angetan habe. Nein, da irren Sie sich. Ich habe etwas gefunden, das Ihnen weiterhelfen könnte. Nathan ist bei diesem Trainingscamp nicht auf den ersten Blick fündig geworden. Also hat er sich auch die Spieler aus Osteuropa angesehen. Das Basketballgeschäft hat dort kriminelle Züge. Die meisten Teams gehören Verbrechern. Und da kommen Sie zu mir? Ich wollte zu Hayley und Quinn hat gesagt, ich soll damit zu Ihnen gehen. War nicht meine Idee. Aber vielleicht hilft's. Das werden wir sehen. Kann ich irgendwas tun? Ja, lassen Sie die Kohlenhydrate weg.